Wenn du deiner Dualseele begegnet bist, deinem Seelenpartner oder Seelenpartnerin, dann kennst du das ja ganz sicherlich auf jeden Fall. Du bist raus, du willst es beenden, es ist dir einfach zu anstrengend, du hast keine Lust mehr, du kommst nicht weiter und willst jetzt endlich die Lösung haben und beendest es erstmal wieder, um dann festzustellen, dass es gar nicht funktioniert. Du kommst da nicht raus. Und warum kommst du nicht raus? Naja, es gibt eine Aufgabe. Diese Aufgabe ist nicht immer einfach zu erkennen. Denn allerdings, du kannst diesen Weg, wenn er mal begonnen hat, nicht willentlich beenden. Schon gar nicht vom Denken. Genau das beschreibe ich in diesem Video noch einmal. Bleib dran, nach einem kurzen Intro geht's los. Deine Helga Herzlich Willkommen zum heutigen Video. Ich höre ganz oft, gerade in den Erstgesprächen, Helga, wie komme ich da wieder raus? Wie kann ich es beenden? Warum hört es nicht auf? Wieso komme ich nicht weiter? Alles Fragen, die du möglicherweise dir auch so stellst oder gestellt hast oder immer wieder stellst, wenn du deiner Dualseele begegnet bist und schon längere Zeit auf diesem Weg unterwegs bist, allerdings gefühlt nicht richtig weiterkommst und du langsam aber sicher gefrustet bist, angestrengt bist, doch leider die Lösung in weiter Ferne erscheint. Du kommst weder in die Beziehung mit dem Seelenpartner oder der Seelenpartnerin rein, noch kannst du loslassen, effektiv, dauerhaft, dass es dir gut geht. Immer wieder wirst du gebeutelt von emotionalen Schüben, Ups and Downs, auf und ab sozusagen, hin und her, wie auf der Achterbahn oder in der Achterbahn und du fühlst dich unfrei, gefangen. Denn gefangen in einem nicht sichtbaren Energiefeld und einem undurchsichtbaren Dickicht, Nebel, den du manchmal etwas gelichtet siehst und dann denkst du, ah, jetzt weiß ich es, jetzt weiß ich es, wie es geht. Und dann gehst du schnurstrackst den Weg ein Stück weiter, nur um zu erkennen, dass es das dann doch noch nicht wohl gewesen ist, sondern es nur eine Ausrufphase war, auf deinem Weg hin zu dir selbst, weiter dich voranzubewegen, raus aus all dem, was es ja im Grunde geht, nämlich raus aus alten negativen Denkweisen, Strukturen, Handlungsweisen, Programmen aus der Kindheit. Doch selbst wenn du weißt, dass es darum geht, du alles schon gut erkannt hast, Ah, es geht um Loslösung von alten negativen Denken, Handlungen, wow, gut. Auch dann erscheint dieser Weg wie ein Dauerlaufweg oder ein Karussell, immer im Kringel herum und ohne, dass das Karussell anhält. Es wird mal langsamer, aber so ganz anhalten tut es nicht. Und wenn es anhalten würde, angenommen, es würde anhalten, dann wagst du es gar nicht runterzuspringen, weil aus Verlustangstgründen, naja, ich kann ja nicht wirklich los. Also mal das Gefühl, dass dich mit diesem Menschen, dieser Dualsein, diesem Seelenpartner verbindet, ja so innig und so intensiv ist, so schön wie noch niemals davor in deinem Leben, dass du ja im Grunde auch da gar nicht raus möchtest. Und dadurch ist der Ausstieg, das Weggehen, so immens schwierig. Darum sage ich jetzt auch mal ganz provokant, es gibt keinen Ausstieg aus diesem Entwicklungsprozess. Nicht, solange du nicht weitgehend in dir selber angekommen bist, in deinem wahren Wesen dessen, was du wahrhaftig bist, ohne all diese negativen Strukturen und Programme, die du als Kind bekommen hast. Das heißt, du kannst diesen Weg nicht irgendwie beenden, bevor es Zeit ist, dass es beendet werden kann, weil du da durchgegangen bist. Das heißt, du kannst diesen Bergaufstieg, den du angefangen hast mit der Begegnung, damals irgendwann ein Jahr, zehn Jahre, fünf Jahre, drei Jahre, keine Ahnung, nicht einfach willentlich abbrechen, weil du keinen Bock mehr drauf hast, weil du keine Lust mehr hast, weil es dir zu anstrengend ist. Was du allerdings bekommst, sind gewisse Ausdruckphasen. Diese Ausdruckphasen sind sehr trügerisch, denn in dieser Phase ist es so, dass du dein Gegenüber auch plötzlich nicht mehr so spürst. Oder wenn du damit gut umgehen kannst, es macht dir kaum noch was aus und du denkst, jetzt habe ich es endlich geschafft, nun bin ich eine ganze Ecke weiter, jetzt kann ich es auch voll loslassen, diese Beziehung. Und was passiert? Es gibt ein böses Erwachen, denn auf einmal, eines Morgens, plötzlich oder so langsam, aber sicher, je nachdem, ist immer unterschiedlich, stellst du fest, hmm, nein, es ist noch nicht vorbei. Und darum diese Aussage, die ich heute in diesem Video treffen möchte, ist ganz klar, es gibt kein Entkommen, es gibt keine wirkliche Abkürzung, die du mauscheln willst. Es gibt schon Unterstützung, aber Abkürzungen durch den Weg gibt es bedingt. Diese Abkürzung, die du benötigst, ist das Wissen, wie du es machst, damit du durchgehst. Du kannst aber nicht mauscheln oder einfach sagen, ja, jetzt gehe ich raus, ich habe schon ein bisschen das gemacht, ein bisschen dies. Wenn in dir die alten negativen Glaubensmuster weiterhin am aktiven Modus sind oder im aktiven Modus sind, ja, dann passiert immer das Gleiche. Du hast Plateauphasen, aber es geht nicht weiter. Es geht gefühlt weiter, aber gefühlt langsam weiter. Du kommst zwar weiter, aber im Grunde auch wieder nicht dahin, wo du hin möchtest, nämlich in die Beziehung mit diesen Menschen. Und darum auch diese Aussage von mir, es gibt keine Schnelllösung, es gibt nicht diese Verstandesabkürzung, die du glaubst zu haben am Anfang. Weil der Verstand am Anfang glaubt, tatsächlich glaubt und auch erwartet und auch hofft, dass es über den Verstand zu lösen sein wird. Dass du nur lange genug das und das zu tun hast, positives Denken oder wie auch immer, warten, bis der andere Mann in die Pötte kommt. Das kannst du eine Zeit lang tun, bis du allerdings erkennst, dass es so nicht funktioniert. Und dass es diese Abkürzung, die du gerne hättest, diesen schnellen Weg, überhaupt gar nicht gibt. Und da ist natürlich die Enttäuschung schon mal vorprogrammiert. Tja, nun steckst du drin, kommst nicht weiter, kommst nicht raus, hast keine Lösung, hast diesen Schmerz und fühlst dich gefrustet und langsam aber sicher auch energieärmer. Weil je länger das Ganze läuft und je weniger du weißt, was du zu tun hast oder nur glaubst zu wissen, was du tun solltest, es dann aber nicht schaffst durchzuhalten oder es überhaupt nicht genau weißt, was ist denn die Aufgabe jetzt für mich? Was genau soll ich denn machen? Tja, solange das so läuft, ist es eine Never-Ending-Geschichte. Es läuft und läuft, die Achterbahn läuft und läuft und du rennst hinterher einem Gedanken, einem Wunsch, einer Vision, kommst aber niemals an. Es ist wie der Hund, dem man die Wurst vor der Nase hält und dann wegrennt und ein Hund rennt hinterher, aber er kriegt die Wurst halt nie. Tja, so ähnlich fühlt es sich an für dich. Dazu kommt dann auch noch erschwerend hinzu, dass du je länger du auf diesem Weg bist, immer mehr diese Hoffnungslosigkeit hineinfällst. Es wird nichts, weil so oft waren die Hoffnungen, die Chancen so groß, du hast dich so gut gefühlt, es wurde dir wieder etwas versprochen vom anderen, vom Gegenüber, von der Dualseele, dem Seelenpartner. Du hast es geglaubt und erwartet, es erfüllt sich jetzt endlich. Du kannst endlich die Ernte einfahren aufgrund einer jahrelangen Transformation mit dir selbst, so fühlt es sich zumindest an, nur um dann zu erkennen, nein, das war auch nur wieder mal einer dieser Illusionen, dieser Wunschvorstellungen, dieser Hoffnungen, die wieder mal enttäuscht wurden und schon wieder hängst du alleine, bist du alleine, kannst dich nicht verlassen auf den anderen, bist viel beim anderen und erwartest, dass der andere endlich mal was unternimmt, damit es weitergeht. Und genau das funktioniert nicht. Der andere ist halt der Spiegel, habe ich ja oft genug gesagt. Und wenn der Weg einmal angefangen hat, dann kannst du nur noch weitergehen. Also schiele nicht nach hinten, nach einem Ausstieg oder visualisiere nicht auf eine schnelle Lösung. Die gibt es auch nicht. Es gibt Lösungen, ganz klar, die gibt es. Es gibt Aufgaben, ganz klar, die sind da. Und die Aufgaben spiegeln dir dein Gegenüber ja auch ständig direkt zurück. Nicht gesehen, nicht wichtig. Ich komme nicht an. Er lässt mich an seinem Leben nicht teilhaben. Sie lässt mich nicht in ihrem Leben teilhaben. Und so weiter. Ich bin nicht liebenswert genug, nicht gut genug. Ich muss viel tun. Ich muss die Kontrolle halten. Oder was auch immer deine Themen sind. Der andere, die andere, wird es dir auf alle Fälle zeigen. Mit wachsender Begeisterung. Je weniger du hinschaust, umso stärker wird er oder sie es dir zeigen. Und je genauer du hinschaust und auch in die Aktion gehst, umso leichter wird dieser schwere Bergaufstieg da mit der Zeit werden. Weil je länger so ein Weg geht und je länger du nicht weiterkommst, umso frustrierter wirst du logischerweise. Ist ja klar. Denn es fühlt sich ja schwer an. Unüberwindbar. Als ob du es niemals hinbekommen würdest. Wobei das natürlich wieder eine Verstandeshochrechnung vom Denker ist. Mal kurz angemerkt. Der Denker ist dann der, der aufgeben will, alles wegwerfen will, loslassen will, endlich seinen Frieden will. Dein Herz dagegen will ankommen. Will da ankommen, wie es einmal war, als ihr euch begegnet seid in dieser wunderschönen, bedingungslosen, telepathischen Hier-und-Jetzt-Verbindung. Alles andere war unwichtig. Nur du und er oder du und sie. Diese Einheit, die willst du haben. Dort willst du hin. Und da kommst du auch hin. Allerdings nicht, wenn du nicht weißt, wie es geht. Das war auch meine Schwierigkeit, als ich anfing, auf diesem Weg mich weiterzuentwickeln und auch in die Forschungsarbeit gedrängt wurde, sozusagen. Direkt gedrängt wurde, weil ich wollte ja gar nicht diese Arbeit machen am Anfang. Es erschien mir als ein so riesengroßes, ungutes, aufgabenreiches und fast nicht lösbares Feld, in das ich einfach so reingeworfen wurde, obwohl ich es gar nicht beabsichtigt hatte. Und dann riefen auch noch Menschen an, die ich gar nicht kannte, die sagten, ja, du kannst mir helfen. Helga dachte, ich soll helfen können? Ja, so bin ich in meine Berufungsarbeit reingeführt worden, die ich heute noch liebend gerne mache. Allerdings war ich am Anfang nicht sehr erfreut, weil einfach, ich hatte keinen Plan, was soll ich denn da machen? Wie soll ich den Menschen denn weiterhelfen? Ich komme ja selber kaum weiter. Allerdings ging es dann bei mir doch relativ schnell weiter, weil ich doch recht schnell rausfand, was ich denn da so erlebe und intuitiv immer super Informationen bekam und einfach auch sehr schnell dann den Menschen, die anriefen, weiterhelfen konnte. Denn letztendlich ging es um Hinschauen und um diese Kartenlegung und die konnte ich ja auch da schon sehr gut. Ich habe dann einfach noch dieses Tool Kartenlegen eben noch mehr genau auf diese speziellen Seelenpartnerschaften hinausgerichtet und habe geübt und fleißig geschaut, was zeigt mir denn welches Kartenbild wie an und so bin ich immer weiter in diese Arbeit einfach reingeführt worden, die ich natürlich heute noch leichter machen kann wie vor Jahren, weil einfach diese Lebenserfahrung, die Berufserfahrung auch mit reinspielt heute. Ich habe herausgefunden, es geht um Weiterentwicklung bei mir persönlich wie bei allen, die bei mir anrufen und nicht jeder, der bei mir anrief, wollte auch weiter. Da habe ich mich gefragt, was kann ich denn tun, damit der, diejenige, die bei mir anrufen, auch wirklich weiterkommen. Es muss doch da etwas geben, eine, ja, eine Aufgabenstellung, ein Werkzeug, etwas, das wirklich hilft und die Menschen weiterbringt. Denn es ist sonst eine sehr mühsliche Geschichte. Denn das war ja mein eigenes Erleben. Ich wusste am Anfang nicht so genau, was ist zu tun. Ich hatte keine Werkzeuge zur Hand, außer die, die ich schon kannte, visualisieren, positives Denken, Energiearbeit mit Atemtechniken oder Meditation und Heilreisen. Die allerdings schienen mir nicht wirklich sinnvoll und zielführend zu sein. Zumindest nicht, damit es schneller funktioniert. Und so bin ich zur Forscherin geworden. Also ich bin sozusagen dann immer mehr auch in meinen Skorpion eingetaucht. Ich habe ja Aszendent Skorpion und fing an, in die Tiefe zu tauchen, auch mal unangenehme Fragen zu stellen und nicht immer die Liebe und Nette zu sein, auch mir gegenüber nicht, auch meinem Schatz gegenüber nicht, sondern generell wollte ich es wissen. Ich wollte es ergründen. Ich wollte es einfach schwarz auf weiß haben. Ich wollte wissen, was ist denn der Grund, warum die Menschen, die Seelenpaare nicht zusammenkommen? Und ganz klar kam die Antwort, es gibt Aufgaben. Die Aufgaben sind bei jedem Einzelnen zu machen und müssen auch gemacht werden. Weil wenn sie nicht gemacht werden, geht es nicht weiter. Es ist eine Aufgabe, die da hinten dran hängt an dieser Begegnung, die jetzt nicht so ganz einfach zu erkennen ist, erstens und zweitens auch nicht so einfach zu lösen ist, weil es um alte Strukturen geht, alte Programme, die du schon lange lebst und die ich schon lange gelebt habe und dadurch sind sie so wie eine zweite Haut, die an dir kleben und du es auch gar nicht mal bemerkst, dass du dich selber immer wieder in derselben Schlaufe befindest. Im Negativdenken, im Opfermodus, in der bedürftigen Situation, dass du es nicht hinbekommst und nicht bekommst, was du so gerne haben möchtest. Nämlich diese Beziehung leben, endlich bei diesem Partner ankommen, in dieser Liebe ankommen und sie leben und erleben dürfen jeden Tag. Und das erlebe ich in Beratungen, jeden Tag immer wieder. Es geht um Klarheit, um klare Worte. Ich bin auch die Frau, die Beraterin der klaren Worte. Ich sage genau, was Sache ist. Ich erzähle dir nicht etwas, was du gerne hören möchtest, was dir dann gut tut. Das mache ich unter anderem auch, aber nicht, wenn ich die Klarheit dir vermitteln möchte, um was es jetzt wirklich geht. Es geht ums Genauer Hinschauen, ums Ehrlich Hinschauen, um dir mal einen Überblick zu verschaffen. Was ist der nächste Schritt? Und je klarer und genauer du weißt, um was es geht, umso eher schaffst du ja auch den Sprung in die Arbeit hinein, in das Weitergehen und diesen Weg schneller zu absolvieren. Darum geht es ja. Es geht ja darum, dass wir den Weg ja schneller absolvieren wollen und nicht ewig dafür Zeit investieren wollen, auch mal ankommen wollen, endlich in der Liebe, in der Freiheit, im guten Gefühl, im Jetzt-Moment. Und genau das ist das, was meine Arbeit auch auszeichnet, weil ich wirklich diese Klarheit rüberbringe. Das ist das Wichtigste überhaupt am Anfang, wenn du weiter möchtest. Du musst wissen, wo du stehst. Erst dann kannst du weiter. Dein Verstand mag natürlich da jetzt widersprechen und sagen, ja, es muss doch leicht sein, der Weg muss doch auch mal Leichtigkeit haben. Ich will es nicht immer so schwer haben, ja. Solange du allerdings in dir Glaubensmuster hast, wie das Leben ist schwer, ich habe es immer schon schwer gehabt, dann ist das Ganze nicht leicht, auch wenn du es noch so gerne leicht haben möchtest und aussteigen möchtest. Irgendwann, wenn du den Weg gehst, wird es leicht. Kommst du an, bist du da und lebst genau dieses Leben und dann ist es gut. Und dieser Seelenpartner Dual-Seelenweg ist halt ein sehr klarer Weg zu dir selbst, weil die Spiegelung sehr heftig ist und sehr schmerzhaft sein kann, was du ja sicherlich bestätigen kannst. wenn du auf diesem Weg dich befindest, liebe Seele. Es geht also um das Tun, das Hinschauen, das Weitergehen, das Erkennen und dann irgendwann auch das Ankommen. Und all das kannst du nicht irgendwie willentlich unterbinden, abbrechen oder loslassen. und das ist eben diese Schwierigkeit, die der Verstand, der Denker bei diesem ganzen Entwicklungsweg hat, er hätte es gern anders. Gerade dann, wenn die Achterbahn wieder mal läuft, du voller Fahrt wieder runter, fällst in den Tief hinein oder du dich gefühlt in einem Auto siehst, das überhaupt sehr schnell, viel zu schnell über die Autobahn rast und du nicht aussteigen kannst, du es aber lieben gern machen würdest, jetzt auszusteigen und raus zu gehen und sagen, nein, danke, ich mach's nicht mehr. Und natürlich wird es probiert auszusteigen. Und es ist wie, wenn du aus einer Achterbahn rausfällst oder aus dem Auto, dass du schnell fährst, raussteigst, du fällst auf die Schnauze. Wie man so schön sagt, es tut noch mehr weh. Erst mag es zwar eine Erleichterung sein, du fühlst dich erst mal freier, aber dann doppst du auf, du liegst da und fühlst dich noch mieser wie zuvor, weil letztendlich erreichst du damit ja nicht viel. Nur scheinbar erreichst du damit eine kurzfristige Loslösung, die dann kaum bist du wieder im normaleren Lauf sozusagen als Leben, holt dich wieder ein, die Seelenpartner begegnen sich wieder zufällig, wie sie oft so ist, oder du hast dann doch wieder das Gefühl, naja, bist du übers Ziel hinaus geschossen, gehst wieder auf deinen Seelenpartner zu, deine Seelenpartnerin zu und schreibst wieder, triffst dich wieder mit ihm oder ihr und schon geht es natürlich weiter in die nächste Achterbahnrunde, die nächste Entwicklungsgeschichte hinein. Und das ist sehr anstrengend und das kann lange dauern. Und genau das war auch meine Herausforderung zu Beginn des Weges und auch mittendrin, es dauerte mir irgendwie auch lange. Das Ganze ging nicht vonstatten. Ich hing im Karussell fest. Es gefiel mir nicht. Also bin ich in die Erforschung und habe erkannt, es hat mit der Kindheit zu tun. Es hat mit Programmen zu tun. Und Und nun Was habe ich gemacht? Was habe ich erkannt? Und wie bin ich weitergekommen? Wie habe ich es geschafft, aus diesem Kreislauf auszusteigen? Ich wollte da auch möglichst schnell durch und nicht so ewig lang brauchen. Und also habe ich diese Frage gestellt mir selbst. Was kann ich tun, damit es schnell funktioniert, leicht fällt, überall anwendbar ist, nicht lange Zeit in Anspruch nimmt und vor allem auch effektiv genug die alten Programme überschreibt mit dem, was ich haben möchte. Die Frage, wie will ich leben? Wie soll sich mein Leben anfühlen? Was genau will ich haben? Und was ist alte Welt? Genau diese Fragen wurden immer wichtiger. Und so habe ich angefangen mit der goldenen Energie zu arbeiten, mit dem goldenen Licht zu arbeiten. Erst war es nur goldenes Licht, dann kam die Kugel drumherum noch dazu, dann kam die Kugel Nummer zwei dazu, nämlich das, was ich haben möchte, noch zu manifestieren in einer zweiten Energie Arbeit und dann noch der Beobachte und so habe ich es nach und nach und nach und nach über die Jahre hinweg immer mehr vereinfacht und verbessert, dass dieses goldene Tool, goldene Werkzeug sozusagen, auch jetzt richtig effektiv arbeitet. Und das hat bei mir ganz viel verändert und bei vielen anderen Menschen inzwischen auch. Es ist einfach effektiv arbeitet auf ganz vielen Ebenen, nicht nur auf der Mentalebene oder nur im Unterbewussten, sondern auch in der Körperebene, wo ja auch sehr viel abgespeichert wird und auch was getan werden sollte, was mir bewusst wurde, weil letztendlich sind wir ja nicht nur ein energetisches Wesen, sondern haben auch einen physischen Körper. Die Aufgabe, die dir gestellt wird, indem du diesem Menschen begegnest, ist so gesehen, wenn du mal weißt, um was es geht und du aufhörst aus der Arbeit aussteigen zu wollen oder alles hinwerfen zu wollen, dann relativ zügig zu meistern, kann man sagen. Das heißt, wenn du mal aufhörst auszuweichen und anfängst dran zu bleiben, die Sache bei dir zu regeln, nicht im Außen was verändern zu wollen, sondern bei dir Klarheit kommt, bei dir Veränderung erfolgt, in deinem Energiefeld, in deinem Denken, in deinem Handeln, dann wirst du feststellen, dass es auf einmal doch relativ zügig weitergeht. Zumindest Mal für dich persönlich und das ist ja erst einmal der richtige nächste Schritt, denn wenn du dich besser fühlst, du entspannter ausstrahlst, leichter dein Leben lebst, vielmehr in der Freude, in der Leichtigkeit bist, wird sich das bei deiner Dualseele auf alle Fälle auch widerspiegeln und bei ihm oder ihr auch der Wunsch wach werden, weiter zu wollen. Das ist normal, das ist auch das Gute dran, dass der andere die andere dann das auf einem nicht sichtbaren energetischen Feld Energieband spürt und auch dort ankommen möchte, wo du bist, weil wer möchte denn schon leiden als Mensch, niemand will doch freiwillig leiden, also beende das Leiden, beende das Weglagen, beende alle diese negativen Programme aus deiner Kindheit und komme in der Fülle in einem wunderbaren Leben an, du liebe Seele, denn genau das ist auch deine Aufgabe und wenn du gerne Unterstützung möchtest, nicht weiter weißt, ein Kartenbild haben möchtest oder auch eine Energiearbeit, die goldene Transformation Energiekugel kennenlernen möchtest, dann bin ich sehr gerne für dich da, um dich ein Stück des Weges zu begleiten, damit du irgendwann ganz alleine für dich dein Ding machst und weißt, wie es geht. Ich freue mich, wenn du mit den Videos schon weiterkommst und wenn du persönlich weiter wachsen möchtest, wird sich immer für dich die richtige Chance auftun, die Möglichkeit, damit du weiterkommst. So war es bei mir und so war es bei ganz vielen, die ich kennenlernen durfte auf diesem Entwicklungsweg. Auf diesem Weg sind wir nicht alleine und werden unterstützt. Ich wünsche dir alles Liebe, hab eine wundervolle Zeit, komm gut weiter auf deinem Weg voran und lass es dir gut gehen. Ich sage Tschüss, bis zu einem meiner nächsten Videos, deine Helga. Bis zum nächsten Mal.